Und ein Moinsen zum Review-Podcast zum 13-0-Heimsieg gegen den FC Erzgebirge Aue. Ja, das war einfach ein rundum solider Heimsieg. Das Spiel war insgesamt jetzt kein wirklicher, kein spannendes Spiel oder sowas. Die Anfangsphase hat Aue auch echt gut mitgespielt. Da ging nicht viel, das 1-0 ist jetzt nicht aus dem Nichts gefallen, aber es war schon sehr wichtig, dass diese zwei Tore von Idavi direkt schnell ineinander gefallen sind. So hat man das Spiel relativ schnell nicht entschieden, aber wieder unter Kontrolle. Das erste war ganz schön nach Ecke, Philipp setzt sich durch und dann haut in Idavi rein. Gonzalez muss leider verletzt runtergehen. Ich weiß nicht, ob das noch vor dem ersten war oder vor dem zweiten Tor. Eins von beiden, für den kam Förster. Ich glaube, es war nach dem ersten Tor, weil dann hat Förster direkt schon die Vorlage gebracht zum schönen 2-0 auch wieder von Idavi. Schön rausgespielt, geiles Solo, weil man Geduka runter auf Förster, der chipt rein und Idavi machten mit so einer Art Side-Fight-Zieher rein. Schöne Kiste, schön rausgespielt und Gonzalez fehlt jetzt für zwei, drei Wochen. Nächste Woche würde er sowieso fehlen, weil er gesperrt ist. Für das nächste Spiel mit fünf gelben Karten ist bin ich mir gerade gar nicht sicher. Wenn eine Verletzung da eh nicht rein zählt, dann sind sie ja eigentlich an sich vier Wochen Pause, weil das nächste Spiel, was er spielen könnte, gesperrt ist. Bin mir gerade gar nicht sicher, wie die Regelauslegung ist, aber eigentlich macht es ja gar keinen Sinn, dann zu sagen, ja, der ist eh verletzt. Das nächste Spiel kann er nicht, weil er fünf gelbe Karten hat und weil er verletzt ist. Und dann ist das mit den fünf gelben Karten weg. Also es fehlt uns an sich ja eigentlich dann vier Wochen, drei oder vier Wochen statt zwei oder drei Wochen, weil er noch ein Spiel ja dann gelb gesperrt ist, wenn er wieder spielen könnte. Da Hamburg und Bielefeld auch gleichzeitig gewonnen haben, Hamburg 2-0 gegen KSC gleichzeitig wie wir hier und Bielefeld am nächsten Tag 6-0 gegen Jan Regensburg. Man muss ja so sagen, die letzten drei Tore sind, glaube ich, 87., 90., 91. gefallen, so die drei Zeiten. Also stand es lange Zeit 3-0, aber hey, wir spielen zwei Wochen auch zu Hause gegen Regensburg. Da kann man dann auch mal, wenn es jetzt nicht 6-0 gewinnt, aber dann haben wir mal einen Vergleich, dass man zu Hause gegen Regensburg definitiv gut und klar gewinnen kann. So wie wir es auch gegen Auge gemacht haben, die haben einfach weiterhin gezeigt, oder es ist einfach weiterhin nachweislich, dass es bei denen auswärts einfach nicht läuft. Die holen gefühlt alle Punkte zu Hause und auch bei uns jetzt eben verloren. Die zweite Hälfte war der komplette Langweiler, da ist ja wirklich mal gar nichts passiert. Stimmung war eigentlich echt ganz gut, muss man sagen. Im Vergleich zu den letzten Spielen fand ich die echt ganz gut. Man merkt halt langsam, dass der Trainerwechsel auf jeden Fall was gebracht hat und auch wieder ein bisschen positivere Stimmung in den Verein gebracht hat. Stand jetzt. Von dem her war die Stimmung auch eigentlich echt ganz gut. Und auch Aue, gut Auswärtsfans mitgebracht, den Blog echt gut gefüllt und auch bis zum Ende gut mit Stimmung gemacht und am Ende auch noch gefeiert und sowas, trotz der 3-0-Liederlage, also die haben es auf jeden Fall genossen. Und definitiv gute, gute Auswärtsfans, guter Auswärts-Support. Die zweite Hälfte, wie gesagt, war ein kompletter Langweiler, also mal komplett langweilig hin und her geblätschert die Partie. Am Ende nochmal, komm es mit einer geilen Aktion, habe ich auch mit drin im Video. Die ersten zwei Tore habe ich ja mit drin gefilmt. Das dritte auch eigentlich, aber das sieht man nicht viel, weil selbst wenn ich da hinten ran geszoomt hätte, ans hintere Tor, wo es ja gefallen ist, hättest du nichts erkannt, verpixelt wie sonst was. Aber die Szene war schon geil, also nicht die Torszene zum 3-0, sondern die Chance von Gomez davor. Ein langer Ball, weil man irgendwie mit der Hacke oder sowas runter. Dann geht es weiter und dann kriegt Gomez den Ball, steht wieder wie gegen Heidenheim quasi, macht eine Schusstäuschung mäßig, steht kurz auf dem Ball, der Typ rutscht weg. Und dann, gut, aufs Code's Eck, Keeper hält noch echt gut. Und dann kommt es am Ende ein richtig schön rausgespieltes Tor. Algadoui, wie immer, wie erwartet, als Joker sticht wieder. Klar, nicht mit einem Tor, aber immer wenn der kommt, fällt noch eins, ob mit Beteiligung von ihm direkt als Torschützen oder als Assistgeber oder wie auch immer. Diesmal Assist. Schön rausgespielt, komm, es schiebt rein, 3-0. Sehr, sehr angenehmer Nachmittag auf jeden Fall, außer halt die Verletzung von González. Dann geht es nächste Woche, also tatsächlich nächste Woche, weil es jetzt hier am Montag herauskommt, genau in einer Woche weiter in Bochum, Montagabendspiel, wo der HSV sich nicht schwer getan hat, aber halt erstmal hinten lag und es dann noch gedreht hat vor diesem Aue-Spieltag. Auch Montagabendspiel in Bochum gehabt. Genau, Zeigreich hat noch Fürth verloren zu Hause gegen Hannover. Heimann hat noch gewonnen am Freitag, das heißt, wir haben aktuell vier Punkte auf den vierten und sieben auf Fürth, den fünften und Aue bleibt mit seinen 30 Punkten, also acht Punkten Abstand auf Platz sechs. Und wir haben weiterhin zwei Punkte Abstand nach oben, quasi auf Bielefeld und drei nach oben, äh, auf Hamburg und drei nach oben auf Bielefeld. Und das Gute ist ja weiterhin, dass wir noch gegen Bielefeld spielen und gegen Hamburg spielen, weil es Montagabendspiele. Ähm, ich meine, Bielefeld müsste dann 9. März sein, dann ist ich glaube, 9. April oder sowas. 6. April müsste es dann sein, ähm, Hamburg, sie hat zwei Monagabendspiele. Und den können wir ja so gerechnet, ne, sechs Punkte quasi abnehmen pro Spiel. Das sind ja die berühmt-berüchtigten Sechs-Punkte-Spiele. Dann sollten wir die halt zu Hause gewinnen, ne. Das heißt, dieser Abstand aktuell ist noch völlig okay, aber ich hoffe halt schon, dass da irgendwer mal da oben auch mal anfängt, wirklich irgendwie auch mal zwei, drei Spiele nicht zu gewinnen. Beziehungsweise, das haben sie ja schon getan, nur haben wir dann auch in der Phase blöd genug, um die Spiele auch nicht zu gewinnen. Oder zu verlieren eben auch oft. Ähm, da warte ich einfach drauf. Jetzt wieder so ein 6-0 gegen Regensburg und sowas. Bei Bielefeld habe ich noch die größere Hoffnung als beim HSV. Nächste Woche ist der Spiel quasi schon vorbei und dann kommen wir noch. Das ist auch ganz cool. Dann wissen wir, mit was wir, äh, quasi, was wir handeln müssen. Und da, ja, da ist das immer, vielleicht ist das sogar was drin, ne. Am Samstag spielen beide Konkurrenten, also Hamburg und Bielefeld. Hamburg spielt in Hannover. Weiß jetzt, ich habe das Spiel nicht gesehen, noch keine Highlights und sowas. Aber die haben ja zumindest mal wieder gewonnen in Fürth. Was ja zumindest ganz gut klingt, weil Fürth ist ja echt nicht schlecht dabei. Und dann halt auch Fürth zu Hause gegen Bielefeld. Wer weiß, weil Fürth hat ja auch schon zu Hause, ähm, gute Spiele abgeliefert, sind gerade Fünfter. Also, why not? Also, da ist auf jeden Fall drin. Ich würde jetzt keinem zurechnen, dass die irgendwie gewinnen oder sowas. Aber vielleicht können sie dem ja, die Spiele dabei jetzt zu Hause im Punkt abnehmen, HSV und Bielefeld. Aber, wird mal sehen. Wir haben ja auch, ja, tabellarisch nicht die schwerste Situation mit Fürth hinter Bochum auswärts. Aber wir tun es ja auswärts so schwer. Ich weiß gar nicht, ich habe mir zweimal gewonnen auswärts. Auf jeden Fall Regensburg. Und in Bielefeld. Ich glaube, das war es dann. Also, außer es war wirklich nicht gut die Saison bisher. In Regensburg war ich dabei. Es war auch für mich mit das coolste Spiel bisher vom Gesamtpaket. Also klar, weil man dabei war. Und dann auch das 3-2, viele Tore. Aber auch sonst eigentlich auch kein relativ gefährdetes Spiel. Das ist ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Sonst, Bielefeld war ja auch Lucky Punch letzte Minute. Aber wir waren einfach auswärts allgemein nicht gut drauf. Klar, wir haben noch auswärts gewonnen mit dem HSV. Das ist ja, das zählt ja in den Pokal rein. War das Pokalspiel nach der 6-2-Klatsche. Das Auswärts ist deutlich ausbaufähig. St. Pauli ist 1-1 war jetzt von mir aus okay noch irgendwo. Eigentlich nicht unser Anspruch, aber nach Spielverlaufen auch okay. Jetzt gucken wir mal, was in Bochum passiert. Das ist für mich ähnlich ekelhafter Gegner auswärts. Genau, Heidenheim, die ja noch am nächsten dran haben mit 4 Punkten. Die spielen zu Hause gegen Nürnberg. Nürnberg hat es ja auch wieder gewonnen in Osnabrück. Ich weiß ja auch nicht, wie gut die da waren. Aber klingt jetzt erstmal auch nicht hundertprozentig einfach für Heidenheim. Also wenn wir Glück haben, könnte es wirklich ein Spieltag sein, wo wir gut Punkte auf die Konkurrenz machen. Also Hamburg und Bielefeld sich vielleicht irgendwie Punkte schnappen lassen. Kräuter führt Spieltag gleichzeitig gegen Bielefeld. Also wenn dann Unschieden rauskommt, wäre es auch top. Und Heidenheim gegen Nürnberg, keine Ahnung. Vielleicht kriegt es ja Nürnberg hin, da irgendwie auch Punkte mitzunehmen. Und dann wäre es echt ein Spieltag, die wir 100% gut nutzen könnten. Was uns aber ja nicht gut liegt. Das kennen wir ja, das alte Leid. Dass wenn die vor uns verkacken oder halt Punkte liegen lassen, wir denen das nachmachen. So, und die Befürchtung habe ich, dass das vielleicht am Montag passiert. Klar, erstmal absehen, was da passiert. Wenn die alle gewinnen, super. Da müssen wir nachziehen. Aber es könnte echt so ein Spieltag werden, wo die vielleicht mal patzen oder halt mal nicht gewinnen um uns rum, über uns, unter uns. Tabellarisch. Und wenn wir am Montag halt die riesen Chance haben, irgendwie vorbeizuziehen oder sowas. Oder Abstand gut zu machen und das dann wieder mal nicht nutzen. Aber wird man dann alles sehen. Das sind alles noch Prognosen und Prognosen. Dann noch als letztes hier ein lustiger Tweet vom VfB zu den Oscars. Also die haben da scheinbar echt irgendwie einen Praktikanten oder irgendwie Neues eingestellt. Und diese Social-Media-Region vom VfB ist schon deutlich besser geworden. Hier die Oscars. Best Soundtrack, die Kancel der Kurve. Best Actor, die Davi. Mit einem Bild von ihm beim Eckstoß. Kann man auch, war wahrscheinlich nicht mehr gewollt oder so. Wahrscheinlich nur mein komischer Gedanke. Aber Ecktor, so mit der Ecke und so weiter. Und Tor, keine Ahnung. Aber halt wahrscheinlich einfach nimmt der VfB sich raus, die Davi bisher als besten oder wichtigsten Spieler des Klubs zu nehmen. Stimme ich nicht hundertprozentig zu, aber können sie machen. Und Best Supporting-Roll am Hadi Al-Gadoui mit seinen ganzen Einwechslungen und Treffern, Vorlagen, wenn er reinkam. Das ist so unser Petersen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Natürlich kommt noch der Preview-Podcast zu Bochum. Deswegen sage ich hier noch nicht so viel zu. Wird auch nicht viel dazu zu sagen haben. Aber könnt ihr ja schon mal Prognosen. Obwohl, schreibt die Prognosen in die Preview rein, die dann irgendwann kommt am Wochenende. Und schreibt eure Gedanken, Meinungen zum Spiel gegen Aue. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.